Herr Schott, welches Highlight zeigen Sie denn an Ihrem Messestand hier auf der Hannover Messe? Unser diesjähriges Motto der HMI lautet Kompetenz in Automation. Neben unseren Produktneuheiten bieten wir aber auch im Dienstleistungsbereich ein internationales Angebot für Beratung, Engineering und Schulung an und ein Highlight daraus ist der Certified Machinery Safety Expert, der eine viertägige Schulung anbietet in Zusammenarbeit mit dem TÜV Nord und auch durch den TÜV Nord zertifiziert ist. Und welche Zielgruppen adressieren Sie mit dieser Neuheit? Vor allem Konstrukteure aus dem Maschinenbau, aus der Elektrotechnik, Automatisierungstechniker, aber auch Entscheider, Planer bis hin zur Instandhaltung sind Zielgruppe dieser Veranstaltung. Was macht die Dienstleistung so besonders? Diese Veranstaltung Certified Machinery Safety Expert ist einzigartig auf dem Markt. Eine Veranstaltung in der Art gibt es noch nicht. Und Sie erhalten als Teilnehmer, wenn Sie die Prüfung bestehen, das Zertifikat zum Certified Machinery Safety Expert und können das natürlich auch einsetzen in Ihrem Beruf und in Ihrer persönlichen Karriere. Vielen Dank für Ihren Besuch hier bei der Roten Couch Express. K нач. Vielen Dank.